Hallo meine Freunde, mein Name ist MicroMiner und bevor das ganze Video hier anfängt, wollte ich euch noch sagen, dass ich eine Weile keine Videos mehr hochladen werde. Ich weiß nicht wie lange, es kann sein, dass ich in zwei Tagen schon wieder ein Video hochladen kann oder auch es ist in einer Woche, ich weiß es nicht genau. Da ich meinen PC gerade säuber bin sozusagen und ihn dann neu auffrischen werde oder neu aufsetzen werde, muss ich meine ganzen Programme wieder installieren, das heißt Photoshop und Schneideprogramm und was auch da guckt oder was. Und ich weiß nicht wie lange ich dafür brauchen werde und ab morgen habe ich auch in der Schule, also da habe ich wieder ein bisschen weniger Zeit, um das Ganze zu machen. Einfach mal zum Ankündigen, ich weiß nicht wie lange ich dafür das brauche, aber ich hoffe nicht zu lange und ja, ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß mit dem Video. Hallo meine Freunde, mein Name ist MicroMiner und wir spielen wieder mal Counter-Strike mit dem Topic, der hier ist. Hallöchen, es war auch schon mal dabei in einem Video, äh Kacke, ich muss mal ganz kurz gucken, dass ich, ich muss mal kurz auf den Desktop gehen, das habe ich ein Fail hinterlegt. Ich hoffe, das kann man, das ist jetzt hoffentlich kein Problem. So, ich musste mal kurz, das ist ein bisschen leiser stellen. So, ähm, Topic war schon mal in meinem Video dabei und zwar im Outlast-Video, da hat man dich aber nicht so gut gehört. Hier. Bei mir läuft das gar nicht so flüssig, aber ich komme gut klar mit dem. Es gibt Leute, die die ganze Zeit messern müssen, die ganze Zeit. Ich hasse das. Ach, du Kacke. So, und jetzt ist auch die, wahrscheinlich sogar die Frage, wieso, wieso eigentlich Counter-Strike? Ja, ähm, ich habe eigentlich mit Alpha ein Video aufgenommen, ähm, Lucky Race, aber ich hatte die falsche Einstellung wieder mal drin. Typisch Mikro. Und, ähm, Alpha wollte dann kein Lucky Race mehr spielen. Da habe ich dann kurzzeitig gesagt, okay, wenn, wenn mein Kumpel schon, doch schon online ist, dann, ja. Und er hat sich jetzt auch einen neuen, äh, einen Laptop gegönnt. Einen Gaming Laptop, ne? Ja, natürlich. Von Alienware, oder? Genau. Das ist nice. Oh, das sieht auch nice aus. Oh mein Gott. Ah, Kacke. Richtig verkackt. Alles klar. Ich muss jetzt nochmal überlegen, vielleicht haue ich mal auch einen Wettkampf raus, aber jetzt noch nicht, weil es geht mir einfach mal ein bisschen zu lange, das Wettkampf. Klar, zum Teil noch gut zuschneiden und alles, aber bis jetzt ist das noch nichts, was ich jetzt machen werde. Äh, verpiss dich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, schlecht als AIM kann man gar nicht haben. Und du spielst schon seit, heute, CSGO? Ähm, seit Sonntag. Sonntag? Nein, Montag, Montag wahrscheinlich. Montag und neunst mit, also feuer zu zwei Tagen. Jawohl. Hast du angefangen? Ist nice, also schlecht bist du allenfalls nicht. Danke, danke. Und er hat sich heute auch auf Level 3 ge-ge-ge-ge-gelevelt. Jo. Danke. Ah, alles klar, instant tot. Läuft bei dem. Schon klar, was denn sonst? Und das ist ja diese Waffe hier, die ich ja mal getradet habe. Es ist ja, man sieht es beim Visier oben relativ kaputt, aber sie ist dafür nice. Ich mag die, ich mag die, ich mag die. Eine meiner Lieblings... Lieblings-Tarnung bis jetzt. Und weg ist er. Ach, come on. Es läuft jetzt noch wieder ein bisschen flüssiger. Ach, du Kacke. Und da ist einfach mein Gegner und ich merk's nicht. Oh, come on. Weg ist er. Okay, ich muss ein bisschen aufholen, da ist ich schon bei 12. Okay, da kommt gerade eine Leiter. Bam, bam. Und ich hab nicht... Oh, Gott. Fast... Oh, fast gefehlt. Okay. Ich muss ein bisschen aufholen, da. Ich meine, ich will dir was im Video präsentieren, also bitte. Natürlich. Deine Pro-Skills. Oh, shit. Das hatte sich aber lange nicht... Oh, Gott. Alles klar. Okay, da ist... Okay, das ist dieser Typ. Ah, alles klar. Ah, genau diese Tarnung, die ich jetzt hier habe, bei dieser Waffe, die hab ich mir gekauft. Für ein paar Cent. Keine Ahnung, weil ich... Ich hab's ja ein bisschen kahl gefunden, diese Waffe. Ach, come on. Immer diese... Diese... Diese Camper da. Oh, Gott. Dieser Revolver ist so... Er ist... Er ist geil. Aber auch ein bisschen OP, muss ich sagen. Mit dem trifft man gar nichts. Also, ist schon. Wenn ich mit dem Crosshair mit dem drauf bin, dann treffe ich einfach rein, gar nichts. Ich kann dir mal eine Map empfehlen. Ich kann dir mal eine Map mal sonst zeigen, die du downloaden kannst, wo du dein Crosshair verändern kannst. Hab ich auch gemacht. Wie kann ich nur so schlecht sein, Junge? Ich bin letzter Platz in meinem Team. Nein, er hat zweitletzter. Läuft ebenfalls. Was wollen wir? Ähm... Ja, egal. Abstimmung nützt du so nix mehr. Ja. Ich denk mal, wir machen kurz nen Cut und ich mach trotzdem noch ne Runde Waffenspiel hinterher. Und wir sehen uns gleich, wenn die Runde angefangen hat. Bis gleich. Wir sind wieder back und... Ja, ich... Ah, das ist klar. Komm schon. Also mein Aiming ist richtig geil heute. Ich glaub, die Zeit hat sich jetzt gerade ein bisschen geändert. Jetzt bin ich nicht mehr so gut in... 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 Ähm... CSGO. Wurde schon COC sagen. Äh, in CSGO. Dafür bin ich sehr, sehr, sehr gut gerade in... Black Ops 3. Ich bin letztes Jahr wieder... Ich kämpfe Mikro Mino. Ich kämpfe nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich spiel grad in letzter Zeit wieder Black Ops 3. Und ich muss sagen... Ich bin nicht mehr so schlecht gerade in letzter Zeit. Also... Es gab schon die schlechtere Zeiten. Hä? Achso, bis in diesem Team. Hab ich gar nicht gemerkt. Ach, come on! Stirb... Oh mein Gott, war das knapp. Das war richtig knapp. Oh, war's klar. Junge. Also heute ist auch wieder... Heute ist sehr viel los gerade. Man spawnt und ist schon wieder tot. Ja, tut mir leid. Ich muss helfen. Ich bin jetzt bei der 12 Waffe. Willst du mich verarschen? Willst du mich campen? Ich und campen? Doch nie, Mann. Nee, ich tu doch nicht. Nein. Ich doch. Wieso auch? Jawohl. Oh, mit sieben Leben überlebt. Nein, nein, nein. Verpiss dich. Nein! Du Scheißmesser-Typ! Ich weiß, dass da eine ist. Ja, genau, von hinten. Oh, nein. Nippelnick. Alles klar. Da geht einer neifen. Naja, ich weiß. Ich bin auch gerade geneift worden. Ja, aber du bist gegen uns. Dieser Johnny-Dinus. Oh, da wollte er mich schon wieder neifen. Da wollte er mich schon wieder messern. Aber ich hab noch gekriegt. Mit AK. Okay. Wenn du ein Problem hast, gönnt die DRK. Obwohl ich sie gar nicht zumag. Ah, nein. Oh, nein. Oh, no. Wolltest du nur mal Hallo sagen? Das ist wie du es machst. No, 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 no. Oh, shit. Fear a kill. Oh, no. Ach, komm, oh, nein. Oh, mein Gott. Junge, diese Messer-Typen. Denk mir, die können alles. Und das sind richtige Pros. Da musst du aufpassen. Alter. Heute ist ja, heute ist ja viel los. Passt bloß auf. Ja, komm, bleib ruhig. Nein! Doch. Wie der mich wieder gemessert hat. Au. Bäm, weg ist er. Alles klar, ich denke, es ist jetzt gleich wieder ein Messer. Du bist weg. Immer wieder umgucken. Ich habe jetzt irgendwie Angst, immer irgendwo hinter mir, dass du ein Gegner bist. Ja, musst du aufpassen. Die schleichen sich von hinten an und stechen dich ab. Es ist gerade so ruhig. Ich habe ein bisschen Angst. Ich wollte immer so eine Sache mit den Typen. Oh. Das war ein Nippelstreich. Haha. Das ist ein Schock. Na. Aber wieso ist bei euch im Spong gar keiner? Weil du nahe gesagt hast. Das hättest du nicht sagen dürfen. Hm, doch. Oh, shit. Jetzt war einer am Spawn. Jetzt bin ich tot. Hm, jetzt habe ich die. Oh, geh. Das wäre jetzt noch cool, wenn ich es richtig aufholen könnte. Alter, hör auf. Come on. Come on. Give me. Oh, man. Bleib da. Nein. Du messest mich nicht. Nein. Bleib. Nein. Ich muss nachladen. Bleib weg von mir. Ja. Genau. Bäm. Weg ist er. Na, da denkt, da denkt er wohl. Da denkt er wohl, hat er was Chancen da. Ja, scheiße. Okay, er hat das, er hat das Messer. Scheiße. Bleib weg von mir. Nein. 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 Euer Team hat gewonnen. Ach so, das war mein Team. Ach so. Ja. Oh. Oh nein. Wie schade. Google Welt. Junge, Google Welt, was ist das für ein Name? Bitte schön, wie kommt man auf eure Namen? Deckenfleisch ist er noch okay. Jedenfalls war das für dieses spannendes Video von CSGO wieder einmal. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Äh, und ja. Bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020